Wir sind Thermoplan! Ich zeige euch den spannenden Alltag von Mechanikpraktiken bei der Thermoplan. Zuerst montieren wir kleine Bauchteile und dann werden wir auch grössere Bauchteile komplett zusammensetzen. Und am Schluss noch kontrollieren, ob das Dampfmodul mit dem Hydraulikmodul und dem Mechanikmodul gut sind. Und zum Schluss noch alles kontrollieren, ob es gut ist oder nicht, bevor es abgeschickt wird. Anforderungen von Mechanikpraktiken sind Handwerkliches Geschick, Motivation, Zuverlässigkeit und Freude an der Montage. Als Mechanikpraktiker arbeite ich nicht nur in der Montage, sondern auch in der Werkstatt, wie Bohren, Fräsen, Drehen und verschiedene Handarbeiten. Jedes Semester bekomme ich Semesterprämie, weil ich gute Noten habe und gute Leistung der Arbeit. Nach dem Mechanikpraktiken kann ich noch Produktionsmechaniken im EFZ weiterführen. Bei guter Schul- und Arbeitsleistung ist es möglich, ins Zweizleeren einzusteigen. Wenn die mechanische Arbeit gefällt, dann bewirb dich bei uns für eine Lehrstelle. Schiller Alanis �이 Untertitelung des ZDF, 2020